Wir lassen uns von diesem Virus nicht unterdrücken. Trotz widrigster Umstand säkeln wir weiter. Früher hat die Nummer so ausgesehen. Ich habe sie da schon gehasst. Schutzmaske hoch! Ist das Alkohol? Das ist Whisky. Das Desinfektionsmittel ist mir schon lange ausgegangen. Nichts ist. Jetzt wird gesäkelt. Jetzt sieht die Nummer so aus. Sehen Sie? Grossartig! Dank dieser Plexiglasscheibe stecken wir einander nicht an. Perfektes Social Distancing! Nein, Bruno! Also wirklich! Lauf die Innerschweiss schon runter! Sehr witzig! Ja, fürchtfröhlich kommt ganz eine andere Bedeutung über. Jetzt passt der Lama Hitzig! Jetzt passt der Lama Hitzig! So und jetzt noch ein Pointe! Äh, Ente! Ein Morning-Gag mit Mundschutz! Ja! 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 Jetzt hat er putzt! Aber Gott sei Dank nicht wegen Corona-Virus! Gut für die Statistik! Ach, er lebt noch! Halt den Kuber flach! Ganz genau! Jetzt brauche ich einen Whisky! Prost! Ja! 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 Mit der Nye weiß! Ja! 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 Vielen Dank.